Hallo und herzlich willkommen, wir sind am Kobalt Plateau 4 und beginnen hier mit Chuck und unserem roten Vögelchen Ich habe immer noch nicht gesucht, ich gebe es jetzt nicht Ihr könnt mir auch den Namen in die Kommentare schreiben Gut, wir verteilen unsere Tränen Ah Hü-Hä-Hä-Hä-Hä-Hä-Hä-Hä-Hä-Heh-Hä-Hä-Hä-Hä-Hä-Hä-Hä Müssen wir mal bewerben, Schade zu sehen Für mich wird geschlossen haben, die Sachen die Mülmede sind Und jetzt ein bisschen nötchen wird, zack, sehr schön leichter ist, jawoll, 3 Stunden, also einfach Schild geben und alle Hauende Blumen, das war sehr praktisch. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde in die Bots Epic und ich bedanke mich für euch das Zuschauen und bis dann, tschau tschau.